Bevor das Video beginnt, erstmal vielen Dank für 50.000 Abonnenten. Als Dankeschön verlose ich 3 PSN, 50 Euro, Gutscheine. Dafür müsst ihr einfach einen Kommentar schreiben und euren Insta-Namen dazu schreiben, damit ich die Gewinne anschreiben kann. Ich werde dann auch im nächsten oder übernächsten Video die Gewinne nochmal erwähnen. Also mich hat gestern ein Mädchen auf Insta angeschrieben und gesagt, dass sie schon länger Fortnite spielt und gegen mich eine 1 gegen 1 will. Und da dachte ich mir, warum nicht und hab mit ihr ein bisschen Spielwiese gespielt. Ihr werdet dann schon merken, dass ich nicht so ganz ernst gespielt hab. Aber ist auf jeden Fall mega lustig geworden. Also ja, schaut euch einfach an. Und irgendwie, sorry wegen dem Hintergrundgeräuschen, aber meine PS4 ist jetzt schon voll alt. Ja, ich weiß. Also erzähl mal, wie heißt du? Wie alt bist du? Anne-Kathrin und ich bin 14. Okay. Und du spielst seit Season 2, oder? Ja. Okay. Also, ja, heute. Bei... Ja. Sagst du, wann du bereit bist. Ja, eine Sekunde. Äh, okay. Jetzt schon los, oder? Äh, lasst bei 55. Okay. Schon eingebaut, oder? Scheiße. Scheiße. Nein, ich bin wieder gefallen. Oh fuck, scheiße. Okay, da was nichts dazu stand. Also, da wirst du das rum. Oh Oh O OH O O O O O O Boah, ich hab 5 HP! Was? Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Geh ich schnapp! Oke auf. Nun istesen! Was boysDEFALLY sein. U dispensieren! TURN! Okay, fang einfach an, wenn du willst. Ja, warte. Jetzt. Nein! Nein! Oh, gut. Oh! 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 Ja. Komm, wir machen einfach letzter Kill entscheidet, okay? Ja, okay. Okay, sag, wann's los geht. Okay, uh, yes. No! Okay. Okay, wrap it up! Let's go, we got to do this... Wir sind nicht so, was ich hier ist? Immer hier aufschreiben! Ja, ich schau! Schau! Ich hab mir das hier aufschraubt! Oh nein! Oh, no. Oh, no. Ich hab's schon mal vorgedacht. Ich hab's schon mal vorgedacht. Ich hab's schon mal vorgedacht. Ah, scheiße, ich muss nachladen. Hä, wo bist du? Ich bin mit einem Schuss tot. Ich bin mit einem Schuss. Ich erkenne mich gar nicht mit dem String bei Metall. Okay, du hast gewonnen. Hauptsache, du läufst noch hier bei mir. Gut gespielt. Boah. Ja, ich bin auch irgendwie so. Ja, wie kann man sagen. Warte, warte, kann ich auch. Warte, wo ist das nochmal? Nee, warte, hier. Ja, das ist so. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Danke. Okay. Vielen Dank.